Hey ho zusammen und herzlich willkommen, ich bin der Luca und heute möchte ich euch diesen kleinen Lego Technik Radlader vorstellen, noch in Noppenoptik gehalten. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das Ding ist alt und ja, es ist älter als ich. Und zwar haben wir hier die 84, lasst mich schauen, 59 aus dem Jahr 1997 mit um die 600 Teile, 590, 591 um genau zu sein. Ich werfe diesmal deshalb einen Blick hier auf meinen Monitor, Zwecks dieser Details, was Jahreszahlen und Teilanzahlen betrifft, denn dieses Modell gibt es tatsächlich in dreifacher Ausführung. Warum das so ist, klären wir gleich, so ein kurzer Ursprung, zuerst so die persönliche Backstory. Warum habe ich das Modell? Ich habe den hier auf der Ausstellung in Ernstbrunn, die damals vom Verein Der Helfende Stein organisiert wurde, Der Helfende Stein, gegründet von Pepe Onkel und von Markus Die Klemme in Wien, damit es einfach mehr Ausstellungen auch hier in Österreich gibt. Und ich finde es großartig und ich hoffe, ich kann auch wieder bei der nächsten mit dabei sein. Und zwar wird die am 10. und 11. Dezember in Wien im Haus der Begegnung in Brigittenau stattfinden. Ich freue mich drauf, ich will unbedingt vorbeischauen. Ich hoffe, ihr seid auch da, dann können wir uns austauschen, können wir ein bisschen quatschen und natürlich auch wieder die coolen Mocks und Sets bestaunen, die dann wieder ausgestellt werden. Genau, und Pepe Onkel hatte jetzt diesen Radlader auch beim Flohmarkt mit in Ernstbrunn und ich konnte mir den einfach nicht entgehen lassen. Warum? Vielleicht die ein oder anderen sehen hier hinten schon ein bisschen was Blaues, kommen wir auch gleich dazu. Und ich habe das Set dann auch geholt und mir auch vor der Nase vom Jürgen Himbeere da weggeschnappt. Also, sorry Jürgen, aber ja, ich muss lobend über das Set sprechen, weil ich es cool finde. Also Jürgen, falls du zuschaufst, tut mir leid, aber das Set ist echt genial. Sorry. Genau, warum es genial ist, dazu kommen wir jetzt und damit direkt ohne Umschweife. Schauen wir uns gleich das Modell als solches an. Ich habe nämlich keine Anleitung und auch keine Originalverpackung, die ich euch zeigen könnte. Bevor es an die Funktionen geht, zuerst mal die Maße. 37 cm in der Länge. Wir haben inklusive hier oben der Leuchte 18 cm in der Höhe. Von Ballonreifen zu Ballonreifen 14,5 cm und die Schaufel ist auch, ja, es ist alles so 14,5 cm. Warum ich das Modell jetzt so genial finde, ist einfach die Fülle an Funktionen, die auch hier drin stecken und dass auch damals, 1997, schon solche kniffligen Bautechniken mit dabei waren. Bei knifflig trifft es vielleicht nicht ganz einfach interessante Bautechniken, interessante Lösungen. Es ist minimalistisch, aber das Minimalistische funktioniert sehr gut und wenn ich euch gleich die Funktionen im Einzelnen vorstellen werde, dann werdet ihr auch schnell merken, was ich da meine. Kurz noch eine Geschichtestunde. Ich kann es nicht lassen, Geschichtsstudent labert 100 Jahre ohne Ende durch, wegen vergangenen Zeiten und so ist es auch hier. Dieses Modell, deshalb habe ich vorher auch kurz mal einen Blick auf den Bildschirm geworfen. Das gibt es in dreifacher Ausführung. Dieser Radlader hier mit weniger als 600 Teilen war für Lego so erfolgreich, anders kann ich es mir nicht erklären, warum sie sonst so gehandelt haben, nämlich, dass sie das Set tatsächlich noch zweimal neu aufgelegt haben und zwar einmal als 84,64 und einmal noch als 84,39. Die Teilanzahl ist überall ähnlich, bei 591, beim nächsten 592, beim nächsten irgendwas mit 580. Ich denke, das bezieht sich dann eher so auf die Ersatzteile. Weil vom Design her, und damit zeige ich euch den mal aus der Nähe vom Design und von den Funktionen her, hat sich da eigentlich nie irgendwas verändert, das betrifft hauptsächlich die Verpackung und die Anleitung bzw. das Design eben dasselben. Da hat sich was getan, aber ansonsten ist alles gleich geblieben vom Aufbau und von der Technik im Inneren. Das seht ihr hier auch schon ein bisschen was von der Technik. Und jetzt, ich drehe es nochmal, geht erst von oben und das ist es. Das ist der springende Punkt, warum ich den auch unbedingt haben wollte. Air Tank. Ich finde das cool. Der hat einen Air Tank mit dabei. Ist der erste in meiner Sammlung. Die Dinger sind ja heute so wertvoll wie Goldbahn und es ist schon cool. Das muss ich wirklich sagen und ich kann es euch auch gleich zeigen. Die sind mittlerweile auch einigermaßen teuer geworden. Ich habe die damalige UVP leider nicht mit dem Kopf, aber so gebraucht. Bricklink sagt bei allen so um die 100 Euro. Eine Version mal 10%, 20% drüber, die andere ein bisschen drunter. Wenn es überall das gleiche ist und man eh keine Anleitung und keine Verpackung mehr hat, dann ist es ja im Endeffekt egal ob man jetzt noch die Variante von 1997, die von 2001 dann von 2004, wo er die letzte neu aufgelegt dann im Endeffekt hat. Ich muss leider auch zugeben, ich weiß nicht bei welcher Variante es sich jetzt bei diesem Set hier handelt. Dementsprechend seht ihr im Videotitel auch alle drei Nummern. Aber wie gesagt, ist ja im Grunde eh irrelevant für Funktionen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar beginnen wir mal mit denen, die nicht problematisch betrieben sind. Wir haben hier nämlich eine Fahrfunktion. Wir können damit fahren und das Ganze funktioniert eben über diese Lenk- und ich nehme die nächste Funktion schon vorweg, über diese Achskonstruktion, auch was die Längsachse betrifft. Und zwar, wenn ihr euch das mal anschaut, ich versuche, dass ich das irgendwie so halte. Und dann drehen wir mal hier auf diesem Zahnrad in der Mitte und ihr seht, da dreht sich alles mit. Ist das nicht cool? Das ist eine Vierradlenkung schon damals. Und ihr seht die Bauweise ja mit den Uralt-Differentialen hier, wie das umgelenkt wird, auch die Uralt-Zahnräder noch. Das sehen die, die haben so Einkerbungen in eine Seite, wurden bei Traktoren dann hin und wieder hinten als Arbeitsgerät verwendet. Echt cool. Und das Ganze hört jetzt nicht nur hier auf, dass es verbunden ist und es ist einfach ein 4WD und fertig. Nein, wir haben hier hinten noch einen V6, der auch mitläuft. Und schaut mal auf die Kolben. Die sind dunkelgrau. Die sind nicht gelb oder orange oder irgendeine Farbe dazwischen. Das ist tatsächlich noch in dunkelgrau. Auch sehr cool. Da sieht man auch, dass das Modell ein bisschen älter ist, falls es einen die Noppen noch nicht verraten haben. Dann, ich habe es angesprochen, wir haben eine Lenkung. Ihr seht ja, da wackelt ein bisschen was. Und zwar ist das auch so eine Knick-Gelenk-Lenkung. Die wird jetzt hier oben über diese Leuchte betätigt. Auch das allein finde ich schon mal cool. Das funktioniert auch wirklich gut. Der Zorn, ja, es ist kein richtiges Feature. Ich denke auch nicht, dass das Lego als Funktion bewerben würde. Aber durch die Pneumatik-Schläuche, die hier an den Seiten überall durchlaufen, ergibt sich zwangsläufig so eine Art Servolenkung. Und zwar kann ich jetzt hier in die eine Richtung lenken und dann geht mir der fast wieder in die Ausgangsposition zurück. In die andere Richtung geht es nicht ganz so gut. Da geht es nur ein bisschen, wie gesagt, eigentlich kein richtiges Feature. Aber ich finde es witzig, dass man es quasi fast als Servomotor schon verwenden kann durch diese ganzen Pneumatik-Schläuche hier. Das Speziellste, das Speziellste überhaupt noch ein Wort. Das Besondere an dieser Lenkung ist allerdings, dass es eine richtige Hand-of-Gott-Steuerung hat. Und zwar, wenn ich euer Augenmerk jetzt mal bitte hier auf das Lenkrad im Inneren verweisen möchte, das lenkt sich tatsächlich mit. Ist das nicht cool? Das ist ein 600 Teile-Set. Weniger als 600 Teile. Älter als ich. Und das Ding hat ein Lenkrad, das innen drin mitläuft. Das haben wir heute noch beim Land Rover Defender UVP 200 Euro. Und halt bei den großen Supercars. Und da hat man oben schon wieder kein Rad oder so, damit man das auch von außen die Lenkung steuern konnte. Also echt cool, was so ein kleines Teil hier eigentlich alles mit eingebaut hat. Und auch die Art und Weise, wie die funktioniert. Ich versuche euch das mal hier der Kamera zu zeigen. Das ist echt, das ist cool. Seht ihr hier diesen großen, dieses große Zahnrad, wie das hier vorne auf das Kleine die Kraft überträgt. Das geht dann hoch aufs Nächste darüber und da greift dann hier in dieses hier. Und damit dreht sich oben das Ganze. Ich finde das so cool, das ist simpel, aber es funktioniert so gut. Und hier hinten auch nochmal eben die Kolben. Und jetzt, wir schauen uns die pneumatischen Funktionen an. Dieser Air Tank, der ist deshalb cool. Und zwar muss man da nicht ständig hier pumpen. Handpumpe haben wir natürlich auch mit dabei. Aber man muss jetzt nicht ständig für jede Funktion immer pumpen. Parallel dazu, so ist bei anderen, die ja kein Air Tank haben, der Fall ist. Sondern hier wird die Luft quasi zwischengespeichert, komprimiert hier eben in diesen Air Tank. Soviel auch zur Namenserklärung. Und damit kann ich jetzt die pneumatisch betriebenen Funktionen betreiben. Wie auch immer. Wir haben jetzt hier zwei an der Zahl. Zum einen kann ich das Ganze im vorderen Bereich jetzt mal hoch. Das war natürlich die falsche Richtung. Hochpumpen lassen. Und ihr seht, ich pumpe da jetzt nichts mehr. Das geht rein durch die Luft, die im Air Tank gespeichert ist. Das funktioniert auch einigermaßen gut. Der schafft es in etwa eineinhalb, zweimal. Pumpen ein bisschen dazu. Dann kriegt er auch ganz hoch. Wir kommen heute wieder in Sphären. Halleluja. Ich habe mal gehört, mir schauen Kinder zu. Ich möchte an der Stelle erwähnen, es ist ein Kanal für Erwachsene. Und auch meine YouTube-Analytics bestätigen das nochmal deutlich. Also wir haben dann hier in der Höhe 22 cm. Wir lassen das irgendwelche anderen Scherzen mit hoch und ... Wir schauen uns die nächste Funktion an. Das ist hier vorne die Schaufel, die damals übrigens auch speziell für dieses Modell entwickelt wurde. Und dementsprechend auch damit eingeführt wurde. Lach nicht über diesen letzten Satz. Egal. Wir haben ... Ich pumpe nochmal hinten ein bisschen. Wir haben hier vorne natürlich noch die Schaufel. Die lässt sich hoch, runter, hoch, nochmal runter. Und vielleicht kriegt er nochmal hoch. Fast. Wir pumpen noch ein bisschen. Ich bin zu pubertär, um euch Technik-Sets aus dem letzten Jahrtausend vorzustellen. Das ist schlimm. Ich kann euch alle beruhigen. Ich habe mal gehört, die Pubertät eines Mannes endet erst mit diesem Tod. Das heißt, wir haben noch viele lustige Videos vor uns. Also das ist wirklich praktisch. Ich kann hier hinten pumpen. Pumpe ich den ganzen Tank mal voll. Und dann hat er so viel gespeichert, dass ich hier ... Eins, zwei, drei, vier ... Also fünfte geht so ... Geht. Geht auch noch. Super. Ist doch cool. Und das Ganze geht natürlich auch mehr oder weniger parallel. Ich pumpe den Tank noch ein bisschen auf. Ich finde das geil, auch wie das Ganze so mitfedert. Also es ist nicht die stabilste Konstruktion, weil noch sehr viel nur durch Noppen verbunden ist. Und nicht allzu viel jetzt durch gegenseitige Liftarme, die nochmal irgendwie schräg ineinander verkeilt werden. Oder sonstige Geschichten, wie man es heute vielleicht kennen würde. Dafür gibt es andere Bauweisen und das funktioniert tatsächlich trotzdem. Schaut euch das mal allein hier vorne an. Wie schräg das gebaut ist, damit man diesen Winkel, diesen Abstand dann oben hinbekommt. Aber es funktioniert. Es funktioniert trotzdem. Man sollte halt vielleicht nicht allzu schwer ... Schwere Lasten jetzt damit irgendwie ... Daranhängen oder so, damit die Konstruktion vielleicht nicht allzu sehr in die Knie geht. Aber so für einen normalen Spielbetrieb. Ihr seht, man pumpt und es funktioniert im Großen und Ganzen. Auch die Schläuche und so halten dicht. Irgendwann habe ich mal extrem viel gepumpt. Da hat es irgendwo mal so ein leicht ... ... gemacht, so ein Zisch-Laut. Ob das jetzt deshalb lag, dass irgendwo eine undichte Stelle ist. Oder ob ich irgendwo einfach einen Pneumatikschlauch nicht ganz drauf gesteckt habe. Ich weiß es nicht. Also parallel geht das Ganze natürlich auch. Jetzt können wir hier runterfahren. Dann können wir den hier hochfahren oder nochmal ein bisschen runter. Jetzt können wir hier unser Schüttgut, unser imaginäres zusammenklauen. Und dann können wir das Ganze wieder hochfahren lassen. Funktioniert einwandfrei, ohne dass ich ein einziges mal pumpen muss. Wenn der noch ganz hoch geht, pumpen wir noch ein bisschen was nach. Da kann ich jetzt zum Beispiel von Kader den Volvo holen. Oder bei Kader ist es ja eher ein Liebherr. Nehmen und jetzt hier herstellen. Dann könnte ich das Schüttgut reinschütten. Müsste sich von der Höhe her in etwa ausgehen. Sonst gibt es ja auch ein paar kleinere Transporter. Eventuell wird sich auch gut der Minentruck hier ... Na, habe ich ihn ja eh hier hinten im Hintergrund stehen. Der wird sich so als maßstabsgerecht nicht unbedingt das wahre. Aber auch das wird sich zum Beispiel von der Größe her anbieten. Dass ich hier mein Schüttgut dann auch wieder ausleeren kann. Kommt von der Größe her einwandfrei hin. Also so von der Höhe jetzt mal bezogen. Was die Maßstabstreue angeht. Müsste man sich eventuell noch nach einem anderen Fahrzeug umschauen. So viel mal hier zu dem Modell. Ich wollte es euch heute unbedingt mal zeigen. Vielleicht habt ihr es auch. Schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken und Meinungen zu dem Set hier unten drunter. Wollen wir schon auf das nächste Video, auf den nächsten Stream mit euch. Ich hoffe ihr seid mit dabei. Bis dahin. Tschüss und Ciao. Salul. Tschüss und ciao.